Auf Russisch und nicht auf Deutsch, ein Song über eine Situation, wo sie vielleicht eintreten könnte, bei dem NATO-Manöver, was gerade vor den Toren Russlands stattfindet. Plötzlich kommt einer der Generäle und sagt, lass uns aufhören mit dem Scheiß. Und er sagt, dies ist ein rasender Zug, Eddard Polst, war gern. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wie sollen ihre Kinder verstehen, dass sie Mörder glühen haben? Aber verrustet liegt das Land, mit Flasche von Kirchen vermengt. Und wollen wir wirklich fortfahren gehen, wird es Zeit, nach Hause zu gehen. Auf diesen rasenden Zug, die die Kessel explodieren, stoppt diesen Wahnsinnsbetrug, mit dem sie uns für sich besiehren. Es ist nicht unsere Erde, die jedem von uns Heimat gibt. Und das ist ein Zug, Pferde, sing ich von sich dieses Lied. Die Kessel fangeln, längst geschlossen, genug in der Totenbrust. Doch jene, die auf unser Feld geschossen, rechnen mit unseren Kindern zur Stund. Wir wurden geboren und am Marschmusik erfroren, auf der Jagd nach dem Geld. Und doch den sanften Blick nicht verloren, auf den wirklichen Rechten der Welt. Stopp diesen rasenden Zug, die die Kessel explodieren, stopp diesen Wahnsinnsbetrug, mit dem sie uns für sich besiehren. Es ist nicht unsere Erde, die jedem von uns Heimat gibt. Doch das ist ein Sofälle, sing ich von sich dieses Lied. Und das ist ein Sofälle, sing ich von sich dieses Lied. Sing ich trotzig dieses Lied. Auf das ist ein Sofälle, sing ich trotzig dieses Lied.